Willkommen hier zurück bei Beyond Good Nivel. So, ich versuche mal da einen fertig zu machen. Irgendwie konnte man die doch noch anvisieren. Ich habe vergessen, wie. So was nicht. Hau mal drauf. Achso, dann bleiben sie stehen. Achso. Okay. Geht der jetzt mal kaputt hier? Oh. Oh, Double H wurde erledigt. Das haben wir auch noch nie gesehen, ne? Ja, da kommen ja wieder mehr Dinger raus. Kommt schon wieder einer. Attacke. Du bist mal genug hier. Ich will noch ein Foto machen von euch. Wenn man hier ständig rauskommt hier. Oh, jetzt sind schon ziemlich viele da. Attacke. Hasen und Pidas. Wie kommt denn da noch? Ja, Sir. Attacke. Komm, hau drauf. Ja, Sir. Oh, Gott. Das wird nicht besser. Hasen und Pidas. Attacke. Respekt, Mist. Na toll. Gute Teamarbeit. Ja, und wir haben sie erledigt und ich kann kein Foto machen. Ach, Mist. Ja, das ist echt nervig im Kampf. Ist es echt doof, da eigentlich ein Foto zu machen. Vor allem, wenn die dann so flink sind und einen hinterherjagen. Na gut. Pech gehabt. Sehr schön. Komm ich da rechtzeitig durch? Ach so. Ja, Sir. Danke. Wir sehen uns später. Sie kommen in der Zentralhalle aus. Wir treffen uns später. Viel Glück. Alles klar. Gibt's hier was? Sieht so verdächtig aus. Aber anscheinend nett. Oh, oh. Oh Gott, da patrouilliert noch einer. Kann ich hinter dem her schleichen? Vielleicht muss ich mich hier verstecken jetzt, ne? Ja. Dann müssen wir schnell da lang. Okay, los geht's. Perfekt. Zentralhalle. Wunderbar. Und hier können wir auch wieder speichern. Das ist doch schön. Und da wieder ein paar Kistchen. Ich denke, wir pfeifen uns hier noch ein bisschen was rein. So. Ja, dann können wir ja mal speichern. Oder mal gucken, was uns hier in der Zentralhalle ist. Zentralhalle erwartet. Bestimmt nichts Gutes, ne? So, komm, beeil dich. Wunderbar. So, hier kann ich doch bestimmt jetzt auch wieder ein Foto machen. Hallo, mein Freund. Da hinten dann wahrscheinlich. Dich müssen wir mal aus dem Verkehr ziehen. Jetzt ist er runtergefallen, nehme ich an. Ja, sehr wahrscheinlich. Oh, hier kann man noch Sachen kaufen. Das war auch nicht schlecht. Alles, was wir vorhin ausgegeben haben, haben wir schon wieder eingenommen. Hier kriegt man ziemlich viel. Ja, nur ein paar Starkos. Die kosten, glaube ich, auch nicht so viel, ne? Ein Starkos stellt ein Herz der Liebensenergie wieder her. Komm, wir kaufen sie alle. Ein Starkos stellt ein Herz der Liebensenergie wieder her. Vielleicht sind wir ja noch froh, dass wir sie bei uns haben. Okay, ich hoffe, du drehst dich um. Ja. Und tschüss, mein Freund. Und da fliegt er runter. Armer Kerl eigentlich. Da gibt's noch eine Kiste. Ha, da muss eine Sicherung rein. Oh, oh. Aha. Das wollen wir fotografieren, auf jeden Fall. Okay, das war nicht so gut, ne? Da muss man ziemlich schnell sein. Nein, ich kann nicht mehr rüberspringen. Ah, das bringt nichts. Das bringt einfach nichts, gegen die zu kämpfen. Eindringling! Alarmstufe V12, Trupp in Zugangskombidor entsenden. Ich wiederhole, Trupp in Sicherheit bereit ist. Okay, ich muss schnell machen, schnell nach rechts. Sehr gut. Müssten wir das fotografieren können, ne? Ich hab da was gesehen. Oh, oh. Ja, toll. Aber einen kriegen wir vielleicht hin. Ist der tot? Nee. Ah doch. Okay, wir haben's geschafft. Krass. Hier nehmen wir die Sicherung mit. Habe ich jetzt alle Starkos verwendet? Das kann nämlich sein. Nee, aber ziemlich viel. So, hier mal gucken. Oh ja, das sieht toll aus. Wunderbar. Fehlt nur noch ein Foto. Sehr gut. Gut. So, rein mit der Sicherung. Dann hätten wir, glaube ich, diesen Bereich auch erledigt, ne? Zurück in den Ostflügel. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Ich frage mich, wo Double H ist. Ah, da ist er ja. Na gut, dann könnten wir eigentlich nochmal speichern, bevor wir den Bereich verlassen. Ich war schneller als du. Ich glaube, jetzt habe ich das Falsche gewählt, ne? Ja. So, wunderbar. Und da müssen wir noch den letzten Bereich finden. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt genau suchen soll. Weißt du, wo ich hin muss, Double H? Achso, mit der Kiste da vielleicht, ne? Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Warte mal. Können wir jetzt auch hier lang? Ne. Ah, Leute. Okay, ich gucke mal nach. Ich glaube, das war ja nicht so weit, oder? Oder war das weit weg? Und hier haben wir ja schon ausgeschalten. Schnell draufdrücken und los rennen. Ein bisschen war es schon, ne? Hier kann man eigentlich aber auch leicht durchschleichen. Das dürfte kein Problem sein. Ich weiß natürlich nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ob das der Weg zum richtigen Ort ist. Ich glaube eigentlich, eigentlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Aber ich wüsste trotzdem gerne, was es da noch gab. Ja, das war jetzt eher nicht so gut. Ja, dürfte kein Problem sein, ist dann doch wieder ein Problem. Weil man sich halt beeilen möchte, ne? Okay, komm, einen Versuch, mach ich noch. Und sonst lassen wir es dann halt sein. Ich will hier auch nicht unnötig Zeit verschwinden. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, ein bisschen mehr Zeit nehmen für das Ganze. Nicht zu sehr beeilen. Jetzt muss ich halt nochmal warten. Jetzt dreht dann der auch gleich wieder um, ne? Das wäre zwar jetzt die Möglichkeit gewesen. Okay, aber wenn er unten ist, drinnen sich beide nach links. Alles klar. So, jetzt aber. Dann nachher vielleicht diesmal lieber da nach hinten schleichen. Und hier nochmal warten. Nichts riskieren. So, komm, dreh da eine Runde. Jetzt. So, sehr gut. Und hier ging es nach oben. Ah, gut, jetzt können wir ja abkürzen. Jetzt können wir ja einfach hier lang. Nach oben müssen wir ja nicht mehr. Dann sind wir ja schon fast da. So, da sind wir ja eigentlich schon. Das ging halt schnell. Wo kommt hier überhaupt noch eine Kiste? Achso, ja, die kommt hier hin. Jetzt hängen wir uns ran. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Jetzt sind wir hier drüben. Was bringt denn das? Wenn wir hier unten lang. Ja, vielleicht finden wir nur eine Perle oder so. Aber ich meine, eine Perle ist auch nicht schlecht, ne? Ein paar Kisten. Kann man auch was holen. Oh, das hat sich aber doch gelohnt. Ja, ein weiteres Herz. Okay, doch, das war gut. Zum Glück haben wir uns da noch einmal umgeguckt. Aber wie komme ich jetzt wieder zurück? Einfach hier? Oder hier hoch? Nee. Kann ich da einfach wieder zurück? Na, bin doch froh. Haben wir uns das noch einmal angeguckt? Haben wir uns noch einmal ein Herz gegönnt? Achso, okay, ja. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Genau, da konnten wir ja nicht lang. Weil das der Rückweg ist. Alles klar. Da geht es wieder zu ihm runter. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch einmal schnell hier lang, ne? Bisschen doof, aber es geht schon. Double H ist auch wieder da. So, die Viecher kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Nö. Double H, wo bist du? Komm schon. Brauch dich. Wo ist er denn jetzt? Komm mit. Muss das Ding da noch einmal ausschalten. Bist du denn jetzt schon wieder hin? Ja, komm. Bleib jetzt mal hier. Dankeschön. Er kann halt einfach durch diese Schranken da durchlaufen. Das können wir halt nicht. Oh Gott. War nicht gut. Das hier war ja auch nicht sehr schwer. Einfach dem Typen da hinterher spazieren. Das kriegen wir auch noch hin. Na, tut mir leid. Müssen wir jetzt das hier nochmal machen. Aber hey, ein Herz mehr, das hat sich schon gelohnt, ne? Würde ich doch sagen. Mehr Leben können wir immer gut gebrauchen. Auch wenn uns das jetzt zum Beispiel gegen die Typen jetzt hier halt nicht viel hilft, weil die sind einfach zu stark gepanzert. Gegen die können wir echt nicht viel ausrichten. Da hilft dann auch mehr Leben nicht. So. Jetzt sind wir wieder in der Zentralhalle. Hier ist ja auch schon alles offen eigentlich. Ja, es sollte eigentlich keine Probleme mehr geben. Hier sind wieder Kisten. Die können wir wieder mitnehmen. Kriegen wir wieder ein paar Steinchen da. Ein bisschen Geld. Hier auch wieder. Sehr schön. Können wir sogar nochmal Starkkurs kaufen. Ja komm, warum eigentlich nicht? Oder? Ja, warum eigentlich nicht? Ein Starkkurs stellt ein Herz der Lieben. Ein Starkkurs stellt ein Herz der Liebensenergie wieder her. Na, jetzt haben wir schon einige Herzen. Ist doch echt nicht schlecht. Also ich finde, ein Herz herstellen ist schon wenig. Also bei so viel Leben hier bringen die Starkkurs eigentlich gar nicht mehr so viel. Es könnten dann schon eher zwei sein, die sie herstellen dürften wieder. Aber na gut. Jetzt passieren die hier nochmal richtig ab. Sehr gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann speichere ich nochmal und dann geht es weiter im nächsten Bereich, falls wir den finden. Weil ich immer noch nicht weiß, wo wir jetzt genau hin sollen. Ja, Sir! Wunderbar. Ja, aber wir kommen ja eigentlich momentan gut voran, würde ich doch meinen. Das freut mich. Gerade keine großen Probleme oder so. So, jetzt können wir hier einfach zurück. Hier ist ja nichts mehr. Na gut, die Starkkurs können wir natürlich auch unseren Verbündeten geben. Ja, das ist vielleicht dann doch nicht so schlecht, haben wir einige dabei. Ob wir jetzt hier noch was Gutes? Ne, auch nur Starkkurs. Ein Starkkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Wer weiß, was uns noch erwartet. So. Aber jetzt müssen wir hier durch das Minenfeld wieder zurück, ne? Das ist echt nicht cool. Ja, das ist richtig doof. Kann ich da nicht einfach gemütlich lang fahren? Vielleicht hätte ich auch einfach durchfahren können, ne? Aber hier vorne sieht's dann doch eher schwer aus mit dem Durchfahren. Ja, ich glaube, das ist dann eher nicht mehr möglich. Ja, läuft wieder fantastisch, ey. Ich fahre hier einfach irgendwie durch. So. Aber wo geht's denn jetzt lang, weiß ich nicht, wie wir waren jetzt? Kann ja eigentlich da hochhüpfen. Gibt's hier drüben noch irgendwas, was ich noch nicht gesehen hab? Kann natürlich sein. Alles ist möglich. Da oben sind wir jetzt hin. Und hier hinten. Überwachungsraum. Warte mal, wir können ja mal auf die Karte gucken, ne? Bericht. Ich möchte genau die Etage wechseln. Ah, da müssen wir hin. Da müssten wir eigentlich... Ah, von da rechts, ne? Ist das... Ah, okay, da kommen wir jetzt dann gleich hin. Ach so, warte mal. Warte, hier ist das. Ja, das war hier, ne? Stimmt, da haben wir uns gar nicht ungesehen. Nachdem wir ja jetzt Double H rüber geholt haben, haben wir uns hier gar nicht ungesehen. Der kann uns natürlich jetzt begleiten. Ja gut, dann müsste das hier noch der letzte Bereich sein. Und den gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Von Beyond Good Nibel. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.